Bernsteinsäure oder Bernstein-Nützung. Meine Liebe, ihr müsst mich richtig verstehen. Ich darf nicht so viel Informationen über ganz normale Kanäle verbreiten, aber in meinem Telegram-Kanal, in Jana Eger, alles gleich zusammengeschrieben, findet genügend Informationen, welche ich nicht über YouTube-Kanal würde veröffentlicht, auch nicht über Webseiten. Ihr müsst verstehen, dass es Fakten, welche ich nicht so gern gewünscht würde. Ich sage nur eins, Bernstein-Säure zum Beispiel, es landerforschte bekannte Mittel im Russland, im China, im Indien, glaube ich, auch. Das gab schon Erfahrungen. Vielleicht täusche ich mich jetzt über Indien, aber im Russland, im China ist es bekannt, auf jeden Fall. Und Bernstein-Säure, das ist ein Teil von unseren Zellen, das ist belebte Zelle, das gibt hier Sauerstoff, das gibt jetzt wie zweites Leben. Die Zelle beginnt Energie zu produzieren und dementsprechend geht es besser. Das ist auch so lebendige, antiseptische, antibakterielle Wirkung im Körper. Das ist kein Vergleich. Das ist für die Gehirne sehr, sehr interessant. Und das alles kannst du in meinem Telegram-Kanal zu lesen. Ich möchte gern nicht weiter sagen, weil es ist genau der springende Punkt, da wo der Mensch, welcher ernst meint, welcher wirklich interessiert sich, der forscht auch ein bisschen selber und dann schätzt diese Information. Also schau mal im Telegram-Kanal und du wirst mehr darüber erfahren. Alles Gute, alles Liebe. Ciao.